Ich bin sehr glücklich. Es ist ein Riesenerfolg für unser Land und persönlich will ich spielen, aber in erster Linie war es wichtig, dass wir uns qualifiziert haben. Für die Führungsqualität, die gewisse Spieler dort haben, z.B. ein Matic oder der Kapitän Ivanovic, auch in der Halbzeit, was sie zur Mannschaft rüberbringen, auch wenn es nicht gut geht, das kann man sich abgucken und dann sprechen und dann hat das einen Effekt auf jeden. Ich will natürlich nicht genau das Gleiche sagen oder machen, aber das mache ich in meiner Art. Das war eine super Erfahrung, das zu hören und zu schauen, aber das mache ich in meiner Art, wenn es darauf an die Situation kommt. Das war's. 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 Untertitelung des ZDF, 2020